Hudo-Fluch, um die Seele einer Person einzufangen. Erste Variante, Materialien, eine Flasche mit Korken. Durchführung, um die Seele einer Person einzufangen, verwickelt man sie in ein Gespräch. Während man rückwärts geht, hält man eine Flasche mit Korken versteckt in der Tasche. Bei jedem Wort, das die Person sagt, öffnet man den Korken, nach jedem Wort verschließt man ihn wieder. Gelingt dies, so hat man die Seele der Person in der Flasche gefangen, jedoch nur, wenn man jedes gesprochene Wort einzeln eingefangen hat, während man rückwärts geht. Zweite Variante, Materialien, Flasche, Bild der Zielperson. Durchführung, nimm das Bild der Zielperson und rufe ihren Namen. Das Bild wird in eine Flasche gegeben und der Name der Person erneut gerufen. So dann bläst man in die Flasche und verschließt diese. Die Seele der Person ist nun in der Flasche gefangen. Dritte Variante, Materialien, Flasche, Holz-Cologne, neun Erbsen. Durchführung, die neun Erbsen werden zusammen mit Holz-Cologne in die Flasche gegeben. Anschließend begibt man sich zu der Person und geht derart neben ihr her, dass ihr Schatten auf die Flasche fällt und spricht sie an. Wenn sie spricht und während der Schatten auf die Flasche fällt, verschließt man die Flasche und hat die Seele der Person gefangen. Zielsetzung. Die Person, deren Seele geraubt wurde, fühlt sich nicht krank, sondern kann rast- und ziellos sein. Mithilfe der Flasche kann man anschließend Zauber auf die betreffende Person wirken. Dies steht in Zusammenhang mit dem Hoodoo-Konzept, das Teil ist gleich dem Ganzen, welches aussagt, dass jeder Teil einer Person, selbst der Name oder die Erde des Fußabdrucks, im Hoodoo genutzt werden kann, um einen Zauber auf die jeweilige Person zu wirken. Der Fluch kann gelöst werden, wenn man die Flasche öffnet und die Seele freigibt. Das war meine Vorstellung von Hoodoo-Flüchen, um die Seele einer Person einzufangen. Falls euch das Video gefallen hat, so würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.